Läuft schon? Sieht aus wie Sau. Bevor ich jetzt los schneide, ein wichtiges Thema noch Absaugung. Stutzen ist natürlich dran, ist klar. Nimm das bitte ernst, weil durch die Holzweichfasern da entsteht ein ganz schöner Abraum und ganz schön viele Späne. Also da kommt ein M-Klasse Sauger dran, der das alles wegnimmt und dann habt ihr ungefähr 80 bis 85 Prozent der Späne tatsächlich im Sauger und nicht in der Luft. Ganz wichtig. So und jetzt wird es spannend. Wie ich gesagt habe, Absaugung ist wichtig. Und was ihr hier jetzt seht, ist ein absolut sauberer 45-Grad-Schnitt zum Anschmiegen an die Sparren. So, das ist jetzt genau die Situation, für die man diese Zusatzschiene braucht, diese Auflage. Und deswegen schneiden wir jetzt mal los. 45 Grad, 60 Grad, 90 Grad. Alles dabei. Und dazwischen natürlich auch jeder Winkel. Wenn ihr Weihnachtsstimmung haben wollt mit der LED hier, dann macht das einfach ohne Absaugung und Styropor. Es passt. So, liebe Leute, wenn euch das alles hier gefällt, unser Kanal, dann habt ihr ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zum Ausdruck zu bringen. Ihr könnt unserem YouTube-Kanal folgen, ihr könnt ihn abonnieren, ihr könnt uns liken, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns kritisieren, ihr könnt uns aber auch gerne auch loben. Also, nur keine Scheu, wir sind offen für alles und wer für alles offen ist, kann ja manchmal auch nicht ganz dicht sein. Also in diesem Sinne, bis bald.